herzlich willkommen zu bestform spielt minecraft wieder nicht allein sondern wie in der letzten folge mit apex hallo apex hallo da nickt er freundlich ja ich würde sagen versuchen auf diesen berg rauf zu kommen in denen wir uns da panisch rein gegraben haben ich habe auch wieder hunger hier ich es jetzt hier mal schnell mein letztes hühnchen das ist so optimal ich finde diese neue textur von diesem gravel nicht so wirklich geil muss ich sagen ich auch nicht was haben sie sich dabei gedacht also wahrscheinlich ja unter notch wäre das nicht passiert so er ist ja mit seinem komischen spaceships fertig ja das wird schon echt das ist schon interessantes projekt ist er erfährt hier sind ja zwei berge wir wollen auf den vorderen wohl drauf so gucken wir mal ja ich bin schon ziemlich heiß auf die beta von 0 x 10c ich weiß noch nicht so recht also es klingt schon sehr nerdig das stimmt aber ja mal gucken was wird daraus wird so richtig verfolgen tue ich ja nicht als habe ich gerade ich habe dich glaubt gar geschaufelt habe ich dich runter geschmissen ja ich hatte nur noch ein halbes herz bist du tot ja ich glaube ich kriege xp dafür warte mal die stadt nicht mal auch bei mir schneit gerade du bist jetzt am spawnpunkt eine kohle hattest du auch dabei ja wie findest du mich denn jetzt du teleportierst mich einfach zu dir das ist gecheatet wir wollen doch nicht schieten ach ja meinetwegen ja ja meinetwegen ich muss es aber richtig ummachen dass du dass du mir keine zeit gegeben wolle zu organisieren damit wir ein bett bauen kann ich muss nur gucken dass ich es in der richtigen reihenfolge eingibt das ist tp und dann ist es quelle und dann ziel oder warte 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 lässt formen hier so heiß ich nicht aber ja ist richtig probieren wir das doch mal da bist du wieder wir cheater wir naja dann darfst du jetzt vorgehen und wir uns den weg hoch bauen ja freude okay mal was uns da oben erwartet wollte auf die stelle noch ein schad kippen was ich ohne werkzeug aber sehr mühsam boxen ausgestellt boxen einfach boxen ja ja habe ich gemacht war sehr mühsam ach hast du es gekillt oder wie ne also ja aber im wasser und ich habe dann die wolle nicht gefunden es kommt mir grad vor wie so ein jumping pass also eigentlich ist die berg oder steht das gehört eigentlich ist die berg konstellation hier ziemlich cool weil wir haben hier drei berge so nebeneinander man lustig miteinander verbinden können wir lustig mit so sky bridges verbinden und uns unser nörd schloss kaufbau genau so wir werden oben hübsch ich habe gar nicht so wirklich löcher in der landschaft mein chance scheint einigermaßen komplett zu sein ja weil ich im video gesehen habe als du es dann fertig ausgerendert hattest bei dir sah es noch wesentlich schlimmer aus als bei mir was ja eigentlich albern ist oder weil ich dachte eigentlich ist es darauf zurückzuführen dass die chance nicht generiert waren und wenn das so der fall wäre hättest du sie eigentlich auch nicht sehen dürfen das ist die frage man weiß es nicht vielleicht ist es auch wirklich nur das rendering das hier beim aufnehmen über den jordan springt also muss ja dazu sagen es ist ja nur beim aufnehmen es ist ja sonst ist ja alles wunderbar normalerweise habe ich keine probleme mit minecraft aber wie dem auch sei wir bauen jetzt erstmal eine kleine plattform würde ich sagen genau kleines update bezüglich des servers also mein server ist total scheiße und alles kaputt und ich habe einen neuen server beantragt und werde mein zeugs migrieren und dann schauen wir mal ob wir das wirklich umziehen wollen ja gucken wir mal ob wir es machen und ob wir es wollen schau mal da hinten dieser berg mit äh da dieser schneelandschaft sieht eigentlich auch recht äh ja hab ich mir auch schon gedacht vor allem wenn man da reinbauen könnte hier sind wir erstmal oben drauf da steht ein baum hinten drauf das ist ja auch cool hm ja ich weiß nicht ja jetzt bauen wir uns erstmal eine kleine unterkunft aber das problem ist nicht wir haben kaum materialien ich habe hier 24 planks mit denen kommen wir nicht sehr weit haben wir denn jetzt einen einfachen weg um runter und wieder hoch zu kommen ich fürchte nein ähm wie viel erde hast du denn noch erde hab ich noch äh 53 hm ah da unten ist das skelett tatsächlich also dann gehe ich jetzt mal runter und sammle zeug und du könntest ja mal so einen erdweg bauen die hier einfach hoch und runter kommen ja das ist die frage wie wir das machen wollen also generell wäre auch eine leiter gar nicht so schlecht die mitten durch führt ja leiter ist ja schnell gemacht ja und dann müsste ich jetzt einfach nur gerade runter buddeln wobei das ist natürlich was was man eigentlich nicht machen sollte aber au ich mache das doch mal und ich sammle derweil holz ach was jetzt gerade runter buddeln du würdest mich jetzt gerade runter buddeln lassen naja wenn was passiert haben alle was zu lachen das mache ich jetzt einfach mal so mittendrin einfach mal durch bei mir sind übrigens hühnchen und kühe ja alles töten und es regnet nicht mehr ja das ist sehr angenehm wir haben kein rauschen mehr so ja super ich weiß gar nicht wie tief ich buddeln muss na ich buddeln einfach mal weil es ist so gefährlich was ich hier gerade mache ach gut wird belohnt haben meine lehrer früher in der schule immer gesagt war das eine Motivation zum nicht lernen oder was genau war da der Hintergrund nein das war Motivation um sich im Internetunterricht zu trauen Fragen zu stellen ah ich glaube ich habe zu tief ah nein daher komme ich oh gar nicht so schlecht gewesen da hinten läufst du das ist doch schön das lassen wir gerade so hier das markiere ich jetzt mal und dann schaue ich mal ob ich ein bisschen Holz noch finde ich habe uns im Eingang mal mit ein paar Fackeln markiert der ist zwar noch nicht ganz so super zugänglich aber es ist glaube ich ganz cool da so ja das wird schon also ich mache mir jetzt einfach erstmal Stein Steintool äh Holztools bis ich dann Stein habe damit ich hier die Hühnchen und die Kuh töten kann damit wir was zu essen haben ja ich laufe da jetzt gerade auch mal hin weil das sind auch Bäume die brauchen wir auch ah die hast du schon gefällt na gut wo gibt es was zu töten wo gibt es Fleisch da gibt es Fleisch das ist doch gut stirb und ein Hühnchenfleisch stirb und noch eins perfekt und noch mehr Slayer 64 64 Sticks haben wir schon mal ja das ist schön da bekommen wir schon mal ein bisschen Leiter hin oh ja ich könnte jetzt meine Sticks kannst du mir kannst du mir Waffen machen also so sprich eine Axt und ein Schwert und so jo kann ich machen ähm wo hast du denn Kügel gesehen mal her mal her ah da drüben okay ich hab dir hier mal so ein 32er Stack Sticks hingelegt da wirst du vielleicht mal kurz abholen kommen 32er Stack von Wachs ach Leitern Sticks ach Sticks oh ja das sind ja auch ich sehe das sind ganz schön viele Hühner stimmt das eigentlich dass die nicht mehr von alleine spawnen sondern nur noch durch Paarung sich vermehren und wenn nicht werden wir jetzt herdenweise hier die Viecher töten dass dann nichts mehr nachkommt äh das habe ich glaube ich schon mal gehört aber sicher bin ich mir da nicht ja gut dann sind wir auf einem ähnlichen Stand jetzt machen wir hier einfach mal Leitern ja das reicht aber nicht für Leitern warte mal ich pack da nochmal ein paar Sticks um drauf warte mal ich kann dir hier noch nochmal einen kompletten Stack hier so du solltest jetzt genau da hast du nochmal 32 du hast Sticks oder was ja ah Sticks ok du hast sie direkt im Inventor und es wird schon wieder dunkel dammit also die Nacht überspringe ich aber nicht per Befehl das läuft nicht sowas machen wir nicht sowas machen wir nicht so welche sind wir nicht so aber wir haben jetzt wir machen nur Flugmodus an won't happen so 39 Leiter dann komm mal mit da hinten leuchtet es schön ähm wie wäre es wenn wir die Bank hier mitnehmen na tu doch aber gleich kommen die Zombies und fressen mich ach pappalapapp das ist so ungewohnt mit Original Texturen ich spiel ja immer ja du bist du bist so einer ich hab das immer mal wieder ausprobiert ich kann das nicht ausstehen ich ich bin totaler Fan von dem original Minecraft da geht irgendwie nix drüber ja dann bauen wir schauen wir mal ob wir hochkommen ja du brauchst ja ach nee du musst mittlerweile musst du glaube ich jeden Block eine setzen ja ja das war nur früher so mal sehen ob ich bis oben kommen sollte eigentlich hinhauen oh je habe ich welche ausgelassen nee dann wäre ich nicht hochgekommen oder nee wie nee ja du kommst also ja dann wärst du nicht hochgekommen okay so jetzt sind wir oben jetzt sollten wir hier ein bisschen ausleuchten erstmal und dann überlegen wir mal was wir hier tun du stehst auf meinem Fackelplatz so ja dann bessern wir hier noch ein bisschen aus würde ich vorschlagen so wir haben ja schon mal einen hübschen Eingang ähm ah ich bin in dir ja ja that's what she said ähm mach doch mal mach mir doch mal schaufeln dann geh ich mal runter und kloppe ein bisschen Erde Erde wenn du da zu der Tageszeit runter gehst solltest du eigentlich was anderes kloppen aber gut ich mach dir mal hier ich hab nur noch zwei Eisen du kriegst eine Steinschaufel muss reichen ja ja so eine Steinschaufel und dann bekommst du noch eine Hacke 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 wäre vielleicht doch nicht schlecht und ein Schwert und ein Schwert und ein Schwert jetzt hab ich keine Sticks mehr Moment kriegst du auch noch eine Hacke wieso hab ich ja nicht jetzt die Steintools hier hast du sie nicht aufgefangen die ist für mich noch vor der Workbench tja ah das sind die Sticks ok Moment ich werfst du dir jetzt alles mal hier zu und zwar mal das hier und das hier ja und das hier du Held wirfst die Truppe alle in das hol's hol's komm hol's such da unten du wolltest doch eh runter oder ja ja war nur mitgedacht ich weiß ich weiß natürlich wie immer ähm jetzt fehlt mir aber die Axt echt die Axt was hab ich die ah tatsächlich Moment ich leg sie dir hier hoch nein ich schmeiß ich versuch sie dir auch runter zu schmeißen es hat natürlich nicht geklappt Moment nochmal ein Versuch kennst du eigentlich den Minecart Elevator den was ah ja super den Minecart Elevator ne ein auszug mit ähm ich find den viel cooler mit Schweinen mit gesattelten Schweinen hab ich den gesehen und zwar den find ich jetzt noch nicht das funktioniert auf dieselbe Methode du klickst halt einfach unten immer drauf und dann steigst du auf das Schwein drauf und kannst dann aufs nächste drauf und warte mal der hat den total super genannt genau den pork lift super ja oh ich krieg Halsschmerzen das fühlt sich nicht gut an das fühlt sich vorhin auch schon ah ja ich seh dich jetzt was tust du eigentlich ich äh klatsch Erde du klatsch Erde die arme Erde also ich sammle Erde damit wir sie oben wieder anbringen können wir wollen uns doch kein Haus aus Erde bauen ja ne aber wir wollen die Plattformen da so ein bisschen größer machen oder? achso ok ja das ist natürlich ein Argument und vielleicht wollen wir ja auch tatsächlich noch einen Berg anbinden ja das können wir auch mit Erde machen ja du hast ja recht vielleicht kommt ein Zombie und frisst mich von hinten ja naja Zombies also ok aber ich muss oh was ich mal machen könnte fällt mir da ein unser Hähnchenfleischbraten weil ich bin schon wieder ziemlich weit unten ähm ich geh nochmal hoch und spiel mal Koch ah 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 da ist was G-side hab ich jetzt überhaupt noch Stein oder hab ich jetzt allen Stein du weißt ja ne wenn du springst und haust dann kannst du krippisch treffen ja du kannst krippen ich weiß ja Aua Stein hab ich auch das heißt ich kann mir hier mal so ne so einen Schmelzofen bauen 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 wir mal wieder gleich zwei natürlich wär ja vorher mit gedacht naja so hm 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 Peng hat der Creeper gemacht hat der Creeper gemacht hab uns mal ein kleines Loch gesprengt das ist aber nett boah noch ein Creeper was mach ich eigentlich mit Eiern ich kann Kuchen backen oder achso ja doch stimmt Kuchen backen kann man ich glaube es gibt so ne Cake is a Lie Achievement mach ich eigentlich die Achievements auf ähm mit E vermutlich nein mit E mach ich ja die achso ähm wie kommst du überhaupt auf E ne ich hab grad nicht nachgedacht ich hab einfach nur irgendwas von mir gegeben achso ja hm so geh ich auch immer an die meisten Sachen ran ja ähm wie ging denn das ah einfach übers Menü Achievements ähm irgendwo kann ich da rauszoomen nein irgendwo gab es da so nen Kuchen Übrigens 3 Skelette 2 Creeper und 1 Zombie überlebt ohne zu sterben da The Lie Weed Sugar Milk and Eggs ich hab den schon viele hier schon ähm ja du hast sie aber geklopft oder du hast ja ein Steinschwert was heißt denn du hast ja ein Steinschwert was heißt denn du hast ja ein Steinschwert die Aussage müsste sein du hast ja nur ein Steinschwert ja also ich bitte dich äh wie sieht denn der Mond aus? haben wir einen Neumond oder wie? ja pass mal auf dass die Glitzer Vampire nicht gleich rauskommen was für Dinger die Glitzer Vampire äh ich fürchte das ist eine ganz schlimme Anspielung auf eine ganz schlimme Vampir-Serie die nur Frauen gucken ah Aua ich sterbe auch Essen ja komm hierher ich hab Essen zum Glück kann man nicht verhungern noch nicht was für ein morantischer Sonnenaufgang ja mal ernsthaft das ist wirklich ein Neumond das hab ich noch nie gesehen so ein ein Vollmond das ist doch kein Vollmond der ist doch innen schwarz das ist doch nur so ein Quadrat das ist glaube ich ähm das ist halt daran dass in Minecraft alles aus Blöcken ist nein aber es war ich nein ich habe nur ein ähm ein Quadrat als Outline und drinnen habe ich ein schwarzes Quadrat ja das war aber doch schon immer so nein 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 gib mir Essen bitte ich verhungere so und damit wir für alle Ewigkeiten versorgt sind mit Essen Weed na ach halt Moment das kann ich ja nur auf Sand neben Wasser anbauen ne neben Wasser aber auf Sand ist es am besten irgendwie sowas war das das ist Zuckerrohr meine ich ja Zuckerrohr ja aber das können wir ja eh nicht können wir nein können wir nicht essen ne das nimmt man für Papier gell naja wir bräuchten schon Weizen wir bräuchten schon Weizen ja wir brauchen sowieso ein bisschen mehr aber jetzt würde ich sagen machen muss uns hier ein bisschen bequem äh ich stopp mal die Aufnahme würde ich sagen wir sind schon wieder ganz schön lang dann sagen wir mal alle Brav tschüss äh ja tschüss tschüss